Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Leute bei einer neuen Folge von Neverball. Und ja, das ist einfach auch mal eine kleine Testfolge, ob das so mit Megai zu rendern ist. Wir waren stehen geblieben bei diesem Level. Ihr seht, ihr habt das schon geschafft. Das habe ich im Offscreen gemacht, aber natürlich will ich das jetzt hier auch noch spielen. Wie gesagt, das wird nur eine kurze Folge, weil das wird einfach eine Testfolge mit Megai und mehrere Fraps-Dateien zusammenfügen und tonen synchron machen und solche Späße. Das Level hier war eigentlich jetzt überhaupt nicht schwer. Man muss nur hier schnell genug sein und alle Münzen einsammeln und dann hier die Rampe mitnehmen. Und runterfallen natürlich auch. Jetzt habe ich ganz vergessen, den Text vorzulesen, der dort stand. Das mache ich einfach mal. Le Romp abrübt, kontrollieren Sie Ihre Geschwindigkeit. Toll, das sieht aus wie ein Oval- oder Steilwandrenn fahren. Dings, ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Und jetzt der Sprung. Zack. Sehr gut. Oh, jetzt müssen wir natürlich genau hier das Dings treffen. Sehr gut. Und wieder rausbeschleunigen. Das ist ein bisschen wie Formel 1. Los, nehmen das an. Jetzt ein Stück zurückrollen, damit wir ja den Schwung mitnehmen können. Halt, 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 halt. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. So, jetzt. Ja, ich glaube, wir könnten vielleicht zu schnell sein. Ich bremse lieber mal noch ein bisschen. Ah doch, das passt. Jetzt muss ich hier dieses Dings treffen. Und jetzt wieder Gas geben. Und jetzt kann ich ins Ziel. So einfach ist das. Und zack. So, nächstes Level. Level 13. Le Song Trigometrique. Umkreisen, warten und springen. Das sieht schon mal sehr geil aus, das Level. Oh, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ja, lecko mio. Ui. Nein, nicht runterfallen. Ui, 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 ui. Wer denkt sich denn sowas aus? Das ist ja die wahre, pure Folter. Wie viele Münzen müssen wir sammeln? 60. Sehe ich das richtig? Ja. Also, wie gesagt, das ist eine Megai-Testaufnahme. Ob das auch mit Neverboy so wunderbar funktioniert, was auch bei Open Transport Tycoon Deluxe klappt. Jetzt zum Glück... Oh, halt, 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 halt an, du Kurgel. So, jetzt auf diese Plattform. Ui, rüber, rüber, rüber. Ui, 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 anhalten. Kurze Pause machen. Ui, ui, ui. Ich hoffe, hier gibt es noch ein paar blaue Münzen. Die uns die Sache dann noch ein bisschen vereinfachen. Was kommt jetzt hier? Ach, hier sind so blaue Münzen. Aber eine sehr schmale Plattform. Ui, let go me, oh doch. Und wir haben natürlich alle beiden blauen Münzen nicht getroffen. Super, freut mich. So muss es laufen. So, was ist das? Eine Rampe? Äh, ist nicht wahr. Oh Gott. Hochkonzentrieren. Einfach rausbeschleunigen. Uff. Oh, meine Fresse. Das ist krank. Nein! Nicht runterfallen. Uff. Was ist das? Ein Beschleuniger? Ich hoffe nicht. Ey, sieht nicht danach aus. Oder? Was muss ich jetzt dort machen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, uns fehlen eh die Münzen fürs Ziel. Oh mein Gott. Das ist der Wahnsinn. Oh, ho, ho. Übel. Und das Beste ist, es kann eigentlich nur noch schlimmer werden hier. Weil es ist ja schließlich hier einer der schwierigsten Schwierigkeitsgrade in dem Spiel. Oh, was ist dort? Da ist ein X in der Wand. Ich glaube, ihr habt das vielleicht gesehen. Bremsen. Waaai, jai, 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 jai. Uff. Ja, Wahnsinn. Oh, ihr übelste Ausschläge bei Order City. Weil ich hier so am... So, vier Münzen fehlen uns noch. Ich hoffe, die finden wir hier oben noch. Ach nee, hier war doch dieser Sprung. Oh. Nein, 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 nein. Ui, 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 ui. Oh, je, je. Das ist doch der helle Wahnsinn hier. Leck mich doch am Arsch. Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Entschuldigung. Aber das Level des... Oh, jetzt... Wie funktioniert das jetzt hier, dieser Sprung? Nein, ist nicht. Boah, uns fehlen vier Münzen. Oh, kann ich jetzt nicht einfach hier irgendwie runter und uns noch Münzen holen? Hoffentlich waren hier aber noch welche. Oh, ich will die Münzen haben. Vielleicht kann ich mal hier die blaue sammeln. Halt, 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 halt. Nein. Oh, es ist ein Hammer-Level eh. Ei, 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 ei. Das ist der absolute Wahnsinn. Ui. Üble Nummer. Üble Nummer. Ich versuche einfach mal hier schon mal alle zu sammeln. Vielleicht hilft uns das am Ende. Etwas besser weiter. Uah. Uh. Oh. Ah, jetzt muss ich kurz pausieren an der Stelle. Zeit ist ja genug. Huh. So, die Kugel bewegt sich schon wieder so gefährlich dem Abgrund oder halt der Wand hin. Das muss nun wirklich nicht sein. Was ist dieses X dort in der Wand? Was bedeutet das? Ist das vielleicht ein Hinweis? So, noch elf Münzen. Das müsste sich aber eigentlich jetzt ausgehen. Das heißt, wir müssen hier einfach mal bei der blauen Münzen irgendwie einsammeln. Nein. Das war jetzt bitter. Dabei soll das doch bloß eine kurze Aufnahme werden. Aber das Level rockt. Das gefällt mir, das Level. Aber es ist nicht so blöd wie die vorherigen Level mit diesem Labyrinth zum Beispiel. Ui. Und da haben wir es schon wieder. Oh. Schwein gehabt. War das jetzt können oder war das mehr Glück? Schreibt es einfach in die Kommentare, eure Meinung. Mal was vorsichtig hier wieder hoch. Ich muss wirklich beide blaue Münzen dort oben einsammeln. Sonst reicht das nicht. Sonst, wenn ich bloß einer einsammle, dann fehlt uns eine Münze. Oder? Also hier muss ich auf jeden Fall beide. Das müsste eigentlich jedem klar sein. Nicht so schnell. Halt! Halt, 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 halt. So schnell geht das ja auch nicht hier. So, jetzt drauf. Nein! Oh, wieder Glück gehabt. Unfassbar. Los, 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 los. Komm, 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 komm. Jetzt müssen wir natürlich hier wieder auf die Plattform warten Aber immerhin ist die Chance noch offen Das in diesem Durchlauf Zu schaffen, das Level So, jetzt drauf da Jetzt rüber Es muss nicht runterfallen Oh, das war wieder eng Oh, jetzt müssen wir hier noch diesen Sprung machen Oh Geschafft Halt, 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 halt Oh, ei, 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 ich hoffe Nein, 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 nein Oh Oh, nee Das kann nicht sein Oh Ich fieber hier richtig mit, ihr merkt das vielleicht Also Oh, da war ich jetzt ein bisschen übermütig Oh, ei, ei, ei Ei, ei, das ist übel Oh, jetzt Das ist schließlich Level 30 Ich muss mal kurz die Hand ausschütteln hier Go, go, go Oh, schon wieder Das hätten wir jetzt gerade fast geschafft Oh, nee Los, los, los Halt Nein, 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 nein. Komm, komm schon. Los. Puh. Hier brauchen wir Nerven aus Stahl oder aus, was weiß ich. Stahlbeton. Nein. Ah. Okay, einen Versuch mache ich noch, weil wie gesagt, das sollte ja einfach bloß eine Megai-Testaufnahme werden. Mehr sollte das doch überhaupt gar nicht sein. Das wäre jetzt ein bisschen lahm. Also ich will schon recht weit kommen im letzten Versuch. Unfassbar, dieses Level. Unfassbar. Schon wieder runtergefallen hier. Elf Minuten haben wir schon. Vorsichtig. Ja, abgefangen wieder. So. Oh, Moment, jetzt brauche ich eine kurze Pause. Oh. Kurz Hand ausschütteln. Kurz was trinken. Weiter geht's. Noch 1.50 Uhr Zeit. So, jetzt hier auf diese... Nein, 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 nein. So, stehen bleiben. Und drauf und rüber. Oh. Halt, 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 halt. So, ich bräuchte jetzt im Idealfall beide blauen Münzen in einem Zug. Geschafft. So, jetzt nicht nachlassen. Oh, jetzt wäre dieser Sprung. Vorsichtig zurücksetzen. So, das müsste eigentlich reichen. Oh, knapp, 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 knapp. Aber... Oh. Oh, 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 oh. Oh, mein Herz schlägt schon auf 180. Nein. Oh. 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 Die Anspannung wächst. Wollen wir jetzt rausbeschleunigen? Und ins Ziel. Ja. Oh. Übel, Leute. Übel. Oh. Nee. Nächstes Level. Le Bakour du Combatant. Sind sie bereit, einige Anschläge auszuhalten? Das sieht sehr interessant aus. Besonders hier hinten diese... Diese Münzen in der Luft. Wie viel Zeit hat man hier? Zwei Minuten. Okay, ich mache es in der nächsten Folge einfach mal. Ich hoffe, das wird eine ordentliche Folge mit Megai gerendert. Und ich sage an der Stelle einfach mal... Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.